heute spielen wir mal happy wheels das hatte ich ja letztens schon gespielt und ja da gibt es manche leute geben halt doof kommentare aber dazu gebe ich nichts und ja wir fangen mal an aber erst mal ist es halt noch so klein weil ich kann es jetzt gerade machen wenn ich anfangen zu spielen oder wie ihr seht ich habe jetzt keinen namen eingegeben aber hier seht ihr schon paluden quiz es geht eigentlich hier nur um paluden paluden und timmy wow das hat viele stehner das probieren wir auch mal hallo paluden das ist mein erstes level ich hoffe es gefällt dir irgendwie bauen die leute hier nur levels der paluden ist ja auch gut so aber wir probieren heute auf anderen levels aus genau und muss es erstmal größer mal weil das mit zu klein hier unten so ok schon wieder so und ja durch start so fangen wir an mutter von timmy ist ihm so und jetzt haben wir los los und fährst du nicht aha ich hätte nur noch damit oder was und springer der kann ich jetzt hier weiter aber jetzt ist ziemlich tot und ich hink dir auch fest ja das verstehe ich jetzt hier nicht die karte ich jetzt mich auch tot so warte mal ich muss gucken hier steht doch was man drücken muss so ach ja nicht so vorwärts also kann ich gar nicht springen ok gut dann geht's los jetzt böse und ich bin jetzt nur damit ok aber man wieder vertreten ja so herkommen und los geht's und wieder wir haben es auch schon darüber kommen und geht doch gar nicht gepustet sogar und dann schauen wir uns ein anderes level an exit zum menü paluden pokus und da hier kommt der 0 stelle es ist mir mal 0 stelle spiel oder die bringen sich alles schon selber um springen sind wenn dort und das habe ich auch noch nicht so rausbekommen wie das hier funktionieren soll ich bringe sich alle selber um kimi und so ja und ich habe zwischen die beine drin ich habe sich alle selber umgebracht was sind das für ein spiel ja kein monat also 0 stelle hat und das spiel muss man jetzt mal kugel blieb ich nehme man denn da da ist nichts ob tot exakt zum menü und jetzt schon wieder ein paar loben quiz ich nehme eine wochen kann ich glaube der kann hüpfen nee der kann hüpfen kann und küs ist mein erstes level bitte nicht streng bewerten jetzt hatte ich auch noch so wie viele abonnenten hat paludin das kann ich auf 5,2 glaube ich 5,2 ich weiß doch was von paludin ein paar nun den beifahrer ja wo soll ich das wissen ich komme da nicht raus das ist blöd hallo ich komme da nicht raus ah der beifahrer ist timmy jetzt weiß ich jetzt will ich ihn kappeln und runter mit mir hinbreche ich meine beine nicht so da ist das geschenk von paludin basti der 2.0 junior das weiß ich jetzt nicht ich kann nicht mal basti und das sein ich muss rein und 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 ja wie heißt der zukünftige supermarkt von paludin palettos denn doch alles palettos ja ich bin doch so doof wie lang ist die 1 war folge hierher oder soll ich das wissen also das weiß ich jetzt wirklich nicht es war warum warum was und das fünf jahre oder sieben jahre ich gehe jetzt in fünf schon bestimmt jetzt ja aber ich geschossen jetzt wie ist das so jetzt aber wer kann nun ist es ja eigentlich einfach aber wenn eine parodennetz auch ist ich kenne ist das schon ein bisschen schwerer das spiel und bringen wir jetzt soweit genau man er geht runde runde man das ist auch einfach die schlankentechnik oder ich habe auch was so und schiss im kopf voran k 2.0 so alle lettos so nennt er doch alle mächtig bei sich und von mir das war jetzt sieben jahren das was wir auch gedacht habe eigentlich aber das ist wieder jetzt hänge ich hier noch fest steht oh man spring hin ja ich falle runde nicht runter ich muss auch da unten hin was hast du schon mal paar loot und abonniert für schneiden machen würde ich ja jetzt ja abstürzen ich liebe auf ja und damit habe ich gewonnen man ist gezwungen hier ja zu machen sonst verdient man vor fast zwei minuten gebraucht aber egal hat immerhin etwas so nächste level kommt exit menu stop so mit ein paar loben hat aber auch fünf sternen da gucken wir uns das auch mal an wenn wenn was steht wenn ihr es nicht schafft drückt hier ja und ich drücke hier was ein quatsch ne exit das spiel ich nicht da kann ja jeder gewinner good luck if you win this god job if you want something me to make tell me aha ich soll dich anruhen wenn ich das äh wie soll ich denn das hier schaffen das auf veräppelung das ist bestimmt selber nicht geschafft ja da wird mir ja direkt erschossen ne tschüss ne tschüss dein vater ok mein vater man gucke check nix ne das gibt ja nicht warum hatten das fünf sterne weil der paar loten hier gibt es ja nur paar lotenspieler ja komm die dicke krenten unterfällt jetzt mal hallo ich bin eine dicke frau und es gibt das was willst du hier runter ja ne du sollst da nicht runter ach man das war nix nochmal bis das wir probieren jetzt mit gas oh 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 ne jetzt hat es auch noch einen hals gebrochen so und jetzt gibt es nochmal oh 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 ja 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 ich habe die münze nicht eingesammelt darf ich das auch ohne münzen oder ich muss alle 23 Münze sammeln oh Mahlzeit weißt du was wenn man paratessen mal mit jemand anerste der Opa im Rollstuhl kannst du aufbringen oh 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 ich komme nicht ne ja hier bin ich durchaus also der kann ja nicht mal springen Opa aber ich komme nicht ich will es schaffen Opa Heinz und Gas oh oh schon wieder mein Kopf ist ab es ist doch hier mit der Kopfschließerei ich bin Gas und Gas 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 ja rurch 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 ich probiere was mit noch mit jemand anderes ja logischerweise mit ein Kind hinten drauf jetzt muss doch besser klappen ja ich habe schon eine Münze die tasse ich werde von er gezogen ist ein haifisch exit das packt doch nicht stopp paroden kampf geben schon mit der paroden ich bin jetzt wie soll es denn damit kann ich auch gerne hoch so direkt der wechsel der muss hier ist sonntag stimmig warum immer timi ich hatte schon noch hier bin ich warum das war nicht wer du bist timi's vater ohne jetzt schlimm stehen damit ist wie der falsche knopf ohne we start a level oh nee nicht schon wieder geht doch mal aus dem arsch ja ja es hat sich noch eingespärrt der vertreten wir start a level ich habe keine beine mehr jetzt bin ich in der richtigen gruppel wie soll ich denn jetzt hochkommen jedoch gar nicht mehr jetzt haben wir es war die kopie was und die hände ist ausgefallen jetzt habe ich den auch noch an mir oh ja ich pack es aber wie jetzt bin ich auch noch da reingefallen ich habe es geschafft ja das war's mit dem video und wir sehen uns die tagen yeah dann ja 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 Vielen Dank.